Was ist die Architektur? Und das Besondere dieser Architektur ist natürlich auch, dass sie zusammen mit denjenigen, die aktiv sind, mit denjenigen, die hier wohnen, mit denjenigen, die sich dafür engagieren, erarbeitet worden ist. Ein ganz tolles Projekt deshalb, das wir alle noch gewissermaßen erleben werden. Ich glaube, dass das spannend ist und wahrscheinlich wird das auch einen kleinen Beitrag leisten zur Architektur der Stadt an vielen anderen Orten. Ich bin Tantzuito, ich glaube, mit der Atelier Bauer. Wir sind Architektur, both in Tokio und Zurich. Wir haben einen Projekt, der Bazaar, der Räumen. Wir haben das Projekt mit verschiedenen Räumen, wo viele kulturelle Aktivitäten gleichzeitig passieren können, wie ein Bazaar. Ich werde darüber sprechen, wie das Konzept aus unserer Erfahrung in der Sommerschule kam. Die Konzeptidee des Projekts ist, dass verschiedene Wohnzimmer in einem Raum sein können, in einem Haus wie in einem Bazaar. Und jetzt werden wir erklären, wie das während der Sommerschule alles passiert ist. So, wir haben das Design entwickelt, indem wir zusammenarbeiten. Wir haben unsere Design Methoden, und alle haben auf den Bildern, Modell-Makingen, und Konstruktionen 1-2-1 Mock-Plot-Type. So, wir haben mit dem Bildern begonnen, zusammenarbeiten. Der erste Tag, wir haben mit der Familie zusammengebracht, um mehr über die Lebensstilie und mehr Menschen in der Gemeinde zu erfahren. Und wir haben mit den Mutualen Interessen, Nehmen und Desirenen mit uns zusammengefasst. Wir haben auch die Planung unserer Homes in der Home Country geplant. Wir haben gesehen, dass die Mitglieder originally hatten große Wohnzimmern, um zusammenzuhalten, um zu essen und zusammenzuhalten. Such Wohnzimmern sind nicht in den Wohnzimmern, um die Gemeinde zu verabschieden. So, wir haben also gesehen, wie die große Wohnzimmern sind wichtig für dieses Projekt. Und nicht nur die Bilder, wir haben auch viele Studie-Modelle gemacht, um zusammenzuhalten. Nabi ist der Craftsman von Schoen und Karpetten. Und er und Mohammadi machte einen impressionen 1-10 scale Modell. So, wir haben einen großen Mann, Saad, der mit der Studie-Modelle von Wood und machte die Tafel für uns. Saad, Fahim, Christen und Hazem testen, wie wir selbst-Bilden können in der actualen Größe, als auch, wie wir schauen, wie die Spiele fühlen können. Wir haben viele Dinge von den Gemeinden gelernt. Jeder hat ihre eigene eigene Gute-Modelle und Talenten. Unsere Arbeit als Architekt ist, dass solche Dinge in die Formen der Bildung zu verabschieden. Durch den Bildungszimmern, wir haben alle Ideen mit anderen, including die Menschen in der Näheberfläche und sogar mit Kindern. Through the process, not only building a building, we support to build a new community together.